So, diese Höllenfürsten müssen endlich besiegt werden. Und Decker kloppt sich ein bisschen mit den Monstern. Warum nicht? So tut jeder noch was Nützliches. Und wir verlassen den Hafen von Portravia. Ich mache die Monster hier platt. Kümmert ihr euch um die Höllenfürsten. Das werden wir, das werden wir. Und Autopilot. Den hat Lexus uns freundlicherweise eingebaut. Sie scheinen eingetroffen zu sein. Daraus mein Gebieter. Ich werde diese Kreaturen zerschmettern. Interessant. Zeige es mir. Mit Vergnügen, Meiße. Oh, oh. Scheiben. Kleister doch nicht. Nicht schlecht, Lexus. Sind alle okay? Ja, ich bin in Ordnung. Ich auch. Selin, bitte sagt, Selin, bitte sagt doch etwas. Ich bin auch okay, Maxim. Wir sind wohl am Ziel. Ist das der Daos-Tempel? Ziemlich finster. Ich kann die Energie spüren. Böse Energie. Sehr, sehr stark. Selin, benutze den Lichtzauber. Alles klar. Das ist also der Daos-Tempel. Die Kälte hier lässt das Blut zu Eis gefrieren. Ihr kommt in meinen Tempel gekrochen. Daos? Daos, wenn du es bist, zeige dich. Ich bin genau über dir. Gut, gut, Brunner, das ist der Tempel. Du hast es immerhin bis hierher geschafft. Jetzt, jetzt entkommst du mir nicht mehr. Schweig. Keinen Schritt weiter. Oh, nicht schon wieder. Ich hab dich doch eben erst. Ich hab dich doch eben erst. Nach allen Regeln der Kunst verprügelt, hast du denn immer nicht genug? Dann scheinbar nicht. Aber gut. Wenn ich türenge, der kriegt das auf die Fresse. Soweit muss das sein. Immer diese Wiederholungen, oder? Wir sind doch hier nicht bei ARD und ZDF. Wir alles bis zum Erbrechen und noch weiter Wiederholung. Bis zum Erbrechen. Bis zum Erbrechen. Schmeißen wir ihn mal ein paar Zornes an Tanken mit mir in. Das war anständig. Braves Kapselmonsterchen. Schön gemacht. Jetzt haut jeder mal Zuck auf oder auch doch nicht, weil der vorher schon besiegt ist. Mal wieder. Das war der letzte Kampf. Erstmal hier ein bisschen umgucken. Rechte oder linke Tür? Ich gehe erstmal hier. Heils hier rücken. Also hier, der Boden sieht ja wirklich so aus, als könnte man gut auf ihn rutschen. So richtig schön glatt gebohnt. Heißt das gebohnt? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe davon kaum eine Ahnung. Noch ein Peilsirup. So hat sich das hier kommen doch bis jetzt schon gelohnt. Doch nach unten. Da ist Tempel zweiter Stock. Erstmal einmal. noch einen Heilsirup. Die Fenster sind hier schon etwas schöner. Als in manch anderen Kerkern verließen. Schlossgefängnissen. Schlossgefängnissen, wo wir waren. Und das waren doch einige gewesen, aber... Das dicke Ende... ...kommt. Und ich hole dir der Grünhaar. Hast Gates besiegt? Du bist der nächste, Amon. Überschätze dich nicht, du Wicht. Ich gebe dir gern eine kleine Kostprobe meiner Macht. Nicht schon wieder. Die scheinen echt auf Prügel zu stehen und scheinen es mit keinem Dolm zu lernen. Überhebliche Arschlochkinder. Wirklich mal. Aber was soll's. Wir sind ja hier, weil wir was zu tun haben. Und das werden wir auch. Und wir werden uns nicht von den Höllenpfosten aufhalten lassen, die mir mal wieder meine Sellen umhauen. Alles halb so... Ne, halb so weit. Donner, Donner, Donner. Und da, dass wir uns dann und dann nicht Nicht doch. Nein. Nein. Scheiße. Das war ein Beispiel aus der Kategorie So nicht. Nur damit ihr mal wisst, wie man es nicht macht. Oh, nee. Jetzt muss ich hier auch echt noch den Entwicklungszauber machen. Oh, nee. Oder ich könnte es auch der Strecke fahren. Nee, bringt jetzt nicht mehr.